Herzlich willkommen bei unserem neuen Video der Gutwetterfabrik. Dieses Mal möchten wir über den Bestway Hydrium Pool sprechen und versuchen euch alle Features näher zu bringen. Hierzu haben wir diverse externe Daten für euch analysiert und Expertenmeinungen ausgewertet. Ein Heimschwimmbad im eigenen Garten sorgt an heißen Sommertagen für ein tolles Badevergnügen für die ganze Familie. Schwimmbäder gibt es heute in vielen Designs und Größen. Je größer der Pool, desto größer die entsprechende Kapazität und desto mehr Stabilität benötigt der Pool. Deshalb sind auch Stahlwandpools von Bestway gefragt, die eine stabile Stahlrohrkonstruktion haben und aus reißfester Folie bestehen. Ohne Zweifel bieten Stahlwandpools die beste Stabilität. Der Pool mit PVC ausgekleideten Stahlwänden ist so stark, dass er nach der Saison noch nicht einmal abgebaut werden muss. Wir schauen regelmäßig für euch, wo ihr ein Produkt wie dieses möglichst günstig kaufen könnt. Entsprechend haben wir unter dem Video in der Infobox das aktuellste Angebot für euch reingepackt. Schaut doch deshalb gerne mal rein, wenn ihr möglicherweise ein wenig sparen möchtet. Alternativ findet ihr dort auch zusammenfassend ein paar Infos, falls euch das Video zu lang sein sollte. Neben dem Stahlwandpool enthält das Hydrium Stahlwandpool Set eine Standfilterpumpe und eine Leiter. Kompatible Schlauchverbindungen runden den Lieferumfang ab. Der durchdachte Schwimmbeckenaufbau lässt sich laut Hersteller schnell und einfach aufbauen. Es werden weder Sockel noch zusätzliche Werkzeuge benötigt. Kunden berichten, dass eine zweite Person beim Aufbau helfen sollte. Aus Kundensicht gestaltet sich der Aufbau der mitgelieferten Leiter etwas knifflig, da die Beschreibung da nicht viel aussagt. Die Stahlwände sind ca. 4 mm dick und die ausgekleidete beschichtete PVC-Pool-Auskleidung hat die gleiche Dicke. Die Stahlrohrkonstruktion ist mit einer Korrosionsschutzbeschichtung vorgesehen. Zusätzlich hat der Beckenrand einen extra breiten Stahlrahmen. Der Stahlwandpool hat einen Durchmesser von ca. 460 cm und eine Höhe von 120 cm. Bei 90% Füllung können 17.430 Liter Wasser den Pool füllen. Die Pumpe der mitgelieferten Sandfilteranlage wälzt bis zu 3.785 Liter Wasser pro Stunde um. Das Kit beinhaltet einen korrosionsbeständigen stabilen Filterbehälter aus hochwertigem Kunststoff. Für groben Schmutz gibt es einen Vorfilter. Einhebelsteuerung mit sechs Positionen und gut lesbarer Druckanzeige sorgen für eine einfache Bedienung. Alle weiteren Infos dazu und der aktuelle Angebotslink, sodass ihr hier gleich zuschlagen könnt, all das unterhalb des Videos in der Infobox. Einfach am besten jetzt direkt auschecken. Das Stahlwandpoolset Hydrium Splasher wird mit Stahlwandpool, Filterkartusche, Sicherheitsleiter, Filterpumpe und passenden Schlauchverbindungen geliefert. Mit einem Durchmesser von ca. 350 cm und einer Höhe von ca. 90 cm bietet er mehreren Personen gleichzeitig Platz. Besonders hohe Stabilität bietet der Pool durch die Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung, ca. 3 mm starken Stahlwänden und einer ebenso starken PVC-Folie. Das Material steht zudem für eine lange Lebensdauer. Mit einer DVD lassen sich Becken ohne zusätzliches Werkzeug oder Fundament schnell aufbauen. Einige Kunden weisen darauf hin, dass die Montage bei sorgfältigem Studium der Anleitung tatsächlich ein Kinderspiel ist. Die mitgelieferte Filterpumpe kann bis zu 2006 Liter Wasser pro Stunde fördern. Als das Becken zu 95% gefüllt war, gelangten insgesamt 8.648 Liter Wasser in das Becken. Und das war es auch schon mit unserem Video zum Bestway Hydrium Pool. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen und bei eurer Entscheidung unterstützen. Lasst uns dann gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um keines unserer Videos in Zukunft zu verpassen. Gerne könnt ihr auch eure Erfahrungen und Meinungen in die Kommentare reinschreiben. Und hiermit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Eure Gut-Wetter-Fabrik.